Zeit für ein Special. 10 Leute haben die Chance und das ist eine gute Sache, aber vorher will ich mich bei euch bedanken für die krasse Unterstützung in der letzten Zeit, das ist nicht mehr normal, viele Leute lassen Kommentare da, schreiben mal hier was, da mal was, lassen Like da teilen und so weiter, ich sitze jeden Abend im Bett, lese mir die Kommentare durch und versuche den einen oder anderen zu beantworten, ich hoffe das fällt euch auf und ich gebe mir wirklich Mühe und ich will einfach auf diesem Wege mal Danke sagen, vom Herzen meine Freunde der Volksmusik, vielen, vielen Dank, aber kommen wir auch schon zum Gewinnspiel, was wahrscheinlich die meisten interessieren wird und was auch wirklich will ja fett ist, es wird geben und zwar diesen fetten PS4 Hut, sieht man das, es sieht man, PS4 Hut wird es geben, dann wird es dazu eine PS4 natürlich geben und zu dieser PS4 wird es auch das passende Spiel Mafia 3 geben, das ist schon mal sehr gut, das wird sozusagen der Hauptpreis sein, jetzt kommt noch eine sehr geile Sache, wo ich sage, das hat nicht so viel Wert wahrscheinlich, aber ist ein individueller Wert, nämlich das haben nicht viele Leute und zwar ein Pullover, ein Pullover, ich habe ja kein Merchandise oder so, ein Pullover, den hat bisher nur ein Abo und ich und der Pullover würde ich dann einfach noch das dritte Mal herstellen lassen, sozusagen, dann habt ihr auch einen, ist auf jeden Fall finde ich ein geiler Gewinn und dazu gibt es ja auch noch so einen geilen PS4 Hut, dann haben wir ja gesagt, 10 Leute können was gewinnen, dann wird es noch 20 Euro 5 mal PSN bzw. Xbox Karten geben und da zusätzlich noch 3 weiße High Shark Karts, wo ihr dann 1,2 Millionen GTA Dollar in GTA bekommt und da Rockstar ja gerade so eine Prozentaktion hat, bekommt ihr sogar mehr GTA Dollar, also win, 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 Situation, richtig nice, ich kann euch das Ganze verlosen, weil ich das mit einer Kooperation mit der App Spock mache, wirklich richtig korrekt von euch und wie ihr daran teilnehmen könnt, mega einfach Leute, ihr müsst einfach unten in der Beschreibung auf den Link klicken, jetzt ist es wichtig, über diesen Link die App Spock zu installieren, habt ihr das gemacht, geht ihr einfach auf Suchen, habt ihr das Suchfeld eingegeben, gebt ihr dort einfach Hashtag Standardskill ein, dort findet ihr dann auch schon das Gewinnspiel und dort macht ihr dann einfach kostenlos ein Angebot, das kostet wirklich gar nichts Leute, die App kostet nichts, alles kostenlos und dort schreibt ihr einfach rein, warum ihr gewinnen wollt und warum ihr die PS4 unbedingt euer eigenen wollt oder halt irgendwas anderes haben wollt, aber ich denke mal die meisten wollen eh die PS4 haben, aber ich werde ja alles verlosen, übrigens wichtig Leute, die Shark Karts Weirat Rockstar bis zum 17. Oktober so eine Sonderaktion hat, werde ich schon früher verlosen, den Rest werde ich halt eine Woche später auf meinem Kanal auflösen, deswegen Leute, guckt am 17. Oktober bei euch ins Spock, Mailfach sozusagen, Postfach, ob ihr eine Nachricht von mir habt und eventuell habt ihr ja schon eine Shark Card gewonnen, aber dann habt ihr trotzdem noch die Chance, den Samstag eventuell auch noch die PS4 zu gewinnen, also könnt ihr euch am 17. freuen und dann halt eine Woche später eventuell vielleicht noch auf die PS4, mega nice, ich erkläre es euch nochmal ganz einfach, unten auf den Link klicken, installieren die App, in der Suche Hashtag Standardskill eingeben, dort findet ihr dann das Gewinnspiel und dann einfach ein Angebot reinschreiben, warum ihr gewinnen wollt. Das Lustige ist ja wirklich, vor dem halben Jahr habe ich da noch meine alten PS3 Spiele verkauft, ihr könnt auch einfach PS3 oder PS4 Spiele dort verkaufen, ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass überhaupt eine Kooperation damit funktioniert, weil ohne diese Kooperation Leute, würde es dieses Gewinnspiel nicht geben und ich könnte nicht einfach so eine Playstation verlosen, das ist krank echt. Vielen Dank dafür, also wenn ihr alte Sachen habt, könnt ihr die einfach da auf der Flohmarkt App verkaufen, mega geil, deswegen Win-Win-Situation, eine App schon damals genutzt und jetzt sogar eine Kooperation damit zu machen, krass Leute, natürlich auch dank eurer Unterstützung, dass ich so eine Reichweite habe, vielen, vielen Dank Leute, ich hoffe und wünsche jedem viel Glück beim Gewinnen, danke, dass es euch gibt sozusagen. Haut doch in den Kufta in den Standardskill, das ist ein, bababab. Wenn du jetzt immer noch zuguckst, bist du der Auserwählte und musst auf Instagram mir folgen.